Kann ich nach einer Brustverkleinerung noch stillen? Man muss davon ausgehen, dass man nach einer Brustverkleinerung nicht mehr stillen kann. Es gibt Techniken, bei denen sowohl die Sensibilität, die für das Stillen auch sehr wichtig ist, wie auch der Anschluss von Drüsengewebe zum Nippel erhalten bleibt, oder zumindest ein Großteil erhalten bleibt. Aber man muss damit rechnen, dass man nach einer Brustverkleinerung nicht mehr stillen kann. Nichtsdestotrotz gibt es viele Frauen, die es doch tatsächlich noch können.